Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Battlelands. Das ist der 10. Port davon. Und ich habe ja schon eine kleine Info gemacht, dass ich heute keinen Livestream mache. Das ist nur deswegen, weil so eine dämliche Seite da war, die mich komplett verwirrt hat. Ich wusste halt nicht, was man da machen sollte. Dann habe ich es gelassen. Deswegen habe ich auch die Info gemacht. Jetzt spielen wir halt Normal Battlelands. Eine Viertelstunde. Damit es wenigstens ein winziger Livestream wird. Und mit dem, den ich hier spiele, das ist Wurstwasser XD. Den ihr scheinbar nicht kennt. Also der da ist, was war 16. Komm, Casey! Nein, schütz dich! Schon mal rotz. Ich hätte nicht noch mal drauf gehen sollen. Ganz einfach. Das mit dem YouTube habe ich euch ja jetzt gesagt. Worum das nicht geht. Guckt mal, hier steht. Auf einem bestimmten Ort landen. Da habe ich schon zweimal gelandet. Da ist nichts. Ich gehe genau. Hier ist der Disco. Da gehe ich hin. Was passiert? Nichts. Das Gletschen, Wokku. Meins. Davor habe ich nämlich noch eine Runde gespielt, wo ich mit dem Gleiter da drin gebackt bin. Geh doch mal down, Digga. Ja. Ja. Kommst du? Also das da ist Wurstwasser XD. Abonnieren. Bitte. Also ich empfehle. Er macht dieselben Videos wie ich, also Battlelands. Nur halt, wenn ich 10 Ports, also das ist ja gerade der 10. Port. Wenn ich 10 Ports Battlelands habe, mache ich erst mal was anderes wie die 10 Ports. Dann kommt wieder, dann kommt vielleicht, wieder was anderes. Ja, schieß doch. Jetzt. Hä? Das hat jetzt vollgelegt. So. Hab ja auch nur noch 5%. Wo ist denn der Akku-Anstecker? Scheiße. Looten. Schnell mal, geholt. Ich glaube, ich kann das auch. Das backt bei mir jetzt mega rum, weil... Habt ihr, glaube ich, selber gesehen. Ich hab geschossen. Äh, geschossen. Aber es hat nicht reagiert. Oh, ich hab ja voll wenig AP. Oh, ich hab ja. Oh, ich hab ja voll. Oh, ich hab ja. Und jetzt. Ich habe ja vollen. Quatsch. Och. Oh, ich hab ja vollen. Ich hasse es. Komm, naht mich wieder ein. Der spült jetzt alleine. Genau. Ich dachte, der lädt mich wieder ein. Nein, der spült alleine, weil ich zu schlecht bin. Scheinbar. Das Video würde dann selber sehen. Spielt einfacher. Jetzt bin ich traurig. Das Video... Das kann ich gut gebrauchen. Das ist die erste Zone. Da hab ich gerade locker rein. Ach komm schon. Ich bin nicht sehr gesprächig. Ich kämpf jetzt. Ach nee, ich schlägt. Wir haben das gefixt. Das heißt, man kann den mal ganz hier am Rand halten. Wenigstens was, was ihnen aufgefallen ist. Was? Geiler denn? Das ging halt ernst auf Schlittschuhm an. Das bringt dir ja viel, wenn du auf Gras läufst. Was, glaub ich, Gras ist. Wie lang? Das heißt, dass man, wenn ich den Bildschirm schüttel, dass die Aufnahme da aufhört. Das ist natürlich ein scheiße Ende, weil ich da gerade am reden war, am ausrasten, wie gesagt. Dann hab ich halt den Bildschirm geschüttelt. Und natürlich wird dann die Aufnahme halten. Hm, jetzt spielt er gar nicht mehr. Komm. Bitte lass was drin. Ich hab, hier bin drin gebackt. Ich war mit dem Skin schon drin. Aber insgesamt wär ich noch draußen mit einem Gleiter gewesen. Aber ich gucke. Ausweich. Ach, komm schon. So. Wird es halt noch ein Fail-Part oder was? Wenn ich sie bei 5. Mach ich auch noch 10 jetzt haben. Hm. Kotz dich an. Kotz euch das an, wenn ihr ständig von jemandem verfolgt werdet. Und dann auch noch von anderen angeschossen werdet. Und ihr habt keine Zeit. Euch. Eure HP mal wieder aufzuladen. Klingt wie ab. Seht ihr? Ich bin... Ich bage irgendwie schon wieder drin. Was hast du für Probleme? Immer. Nur weil ich da drin backe. Nur weil ich jetzt da drin backe und dann gleich aktiviert hab, wo ich drin war. So. Würdest du dir gerne noch geben. Bitte, ich geb dir sogar die 2. Das lässt du mir. Scheiße, die Zone kommt. Komm, ist nicht mehr weit. Ich seh's schon. Jetzt. Jetzt hat er verkackt. Da kommt Sushi wieder. Hey. Ich beschütz dich. Ich beschütz dich. Und du schaffst dich. Du schaffst dich. Du schaffst das. Nein! Warum? Fasten Sieg! Es gibt Fluss. Okay. Ach, komm schon! Das Spiel ist manchmal so fies. Wirklich. Komm, wir holen jetzt einen Win. So, und ich denke mir manchmal nur solche dummen Titel aus, weil ich manchmal überhaupt nicht weiß, was, also, was für einen Titel ich nehmen soll. Und manchmal mache ich es auch absichtlich. Zum Beispiel, wo ich schlecht geäumt habe. Ich bin jetzt ehrlich. Wo ich, wo der Titel war, mein Aiming ist heute besonders schlecht oder sowas. Da habe ich... Ja, extra so dämnisch geäumt, damit es auch so wird. Ich mag schon wieder drin. Und diese Waffe mag ich nicht. Und wohl besser als gar keine. In der Aussicht haben sie jetzt irgendetwas. Wo ist der? Da ist der. poopier. Da ist der. Da ist die Waffe. Was ist das denn? Ernst? Ich so, jetzt hole mal einen Win! Ja, was war's? Nicht! So, jetzt geht es bitte schon 16 Minuten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne ein Like. Und lasst auch ein Abo da, falls ihr wollt. Ich spiele es noch ein bisschen mehr mit dem J.K. 2006. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.